also leute ich muss euch mal was erzählen ja ich hatte mal einen kollega ja der war voll fett und so ja und hatte nur so ganz kleine lulu mann ja ein kleiner penis und der hat bei so eine hotline angerufen ja die ist im fernsehen gekommen und die sagten wenn du einen wunsch hast in deinem leben dann ruf uns an und mein kollege hat da angerufen aber wir dachten schon das verarschung und so was und der hat angerufen und dann sagte so eine frau hallo was für einen wunsch hätten sie die gerne und mein kollege hat gesagt ich wünsche mir einen penis bis zum boden ja und dann hat das blöd gemacht wir waren voll erschrocken ja und der kollege hat keine beine mehr und ich kann echt sagen so mit sowas ist nicht zu spaß